Nein, wir gehen jetzt in die nächste Runde. Was spielen wir da? Ich glaube, Hunger Games nochmal, ne? Ja, schön, dass wir alle hier keine Ahnung haben. Street Fighter, so sieht's aus. Seid ihr bereit? Ah, hier, mein Text ist wieder da. Ihr habt die erste Runde gewonnen, hab ich eigentlich schon gesagt. Hier, LPT, erste Runde schon klargemacht. In der zweiten Runde gibt's folgende Disziplin. Nein, der Janosch hat jetzt Stopp gesagt. Was ist hier für ein Chaos? Wir spielen jetzt Street Fighter. Wir spielen jetzt, Achtung, Street Fighter. Nein! Ich geb ab an die Couch, hab ich gehört. An die Couch! Auf die Couch! Wer ist denn hier? Der David macht Street Fighter. Wir müssen uns, glaube ich, hier hinstellen. Oh, ihr habt was zu essen! Wollen wir stehen? Ja, sonst siehst du nix. Kannst ja hinsetzen, siehst du nix. Eufel ist egal. Ich kann mich ja hier so hinsetzen. Der David macht Street Fighter, der David kann Street Fighter. Ich komme nochmal hier hin. Okay. Ohne Mist. David und Sepp. Ja, wir machen jetzt platt. Du hast ihn platt. Also ich mach ihn platt. Wir machen beide ihn platt. Also wir beide ihn platt. Wir zusammen, ja. Aber ich bin doch die Schweiz. Ja, das ist das egal. Du sagst, welche Knöpfe er drücken muss. Ja, komm. Das kann ich. A, B, ach nee, warte. R, L. R, L gibt's. Also irgendjemand hat gesagt, dass ich der Experte für Street Fighter 4 für Team FD sei. Ja, du hast dich dann an der L. Ich bin auch der Experte. Ja, aber wirklich jetzt. Das ist der Christian. Christian hätte ich gerne an meiner Seite. Echt extra aus Berlin einfliegen lassen? Ja, Spieler versus CPU. Ja, ich spiel gegen Computer auf leicht und dann hab ich gewonnen. Das ist okay, ne? Sehr gut. Hast du jetzt echt CPU eingestellt? Nein. Ne. Ach, was denkst du denn von mir? Aber drei Runden, ne? Wichtige Punkte hier bei diesem nächsten Spiel. Wie sieht's aus? Was sagt ihr, wen soll ich wählen? Als Charakter? Mit wem bist du stark? Das ist die Frage. Ja, mit allen. Mit allen. Ja, natürlich. Aber Blanka ist zu mies. Zieh mal den Sepp Blanka, Alter. Hahaha. Das geht aber richtig schief hier. Er war doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ah, doch. Eigentlich schon. Ja, siehst du, wenn du das sagst. Christian, du musst an meine Seite. Sebastian ist mein Joker. Oh, wie süß. Wie viele Runden machen wir? Also, wie viele Duellrunden? Best of three? Der Fabi. Freu mich, dass du da bist. Einmal oder zweimal? Ich freu mich, dass wir schon einen Punkt haben. Ja. Jeweils drei Runden? Ich spielen jeweils drei Runden, ne? Also, dreimal muss man, ja, zweimal muss man gewonnen haben. Wolltet ihr, man hat ja schon gesagt, ich bin 100 bis Stargard. Das heißt, du müsstest jetzt auf jeden Fall Honda nehmen, wenn ich schon Stargard bin. Nee, nee, Honda kann ich ja überhaupt nicht. Die ganzen Special-Dinger von dem kann ich ja überhaupt nicht. Meine Yokozuma-Sumos. Ich glaube, ich nehme mal ihn hier. Ach, der J spielt auch. Die J nämlich. Die J. Nicht die J. Ich hoffe, J bringt mir Glück, ey. Der Junge, ich hab ja schon gesagt, ich wäre ja ganz cool, wenn ich mir die Siegerküßchen abwunden könnte. Willst du dich hier hinsetzen? Komm, setz dich hierhin, David. Dann kannst du besser sehen. Aber jetzt kann ja nicht mehr passieren, ne? Nee, für den Sepp mache ich ja keinen Platz, ja? Pass auf, Junge. Ah, der Sepp, setz dich doch mal dahin. Ne, ich bin jetzt surrounded bei meinen Mates. Geh mal ein bisschen rum, dann haben wir ein bisschen mehr Platz, dann können wir hier alle mal passen auf die Couch. Bist du den Druckser? Ja, ein bisschen. Aber weißt du, was gut ist? Das kann ich alles auf meinen Finger umleiten und dann babababam. Oh mein Gott, ist das spannend hier. Ja, dass du es mischen kannst. Ja, aber Chabu, das wissen wir dann. DJ. DJ, du musst mich wirklich. DJ. Oh mein Gott, wie geil. Mach ihn platt. So. Ach, das war der Boxer. Alter. Geht schon gut los. Beide Kämpfer sind auch mit Migrationshintergrund. Wir wollen ja auch so ein bisschen den Dialog schaffen zwischen den Kulturen. Oh, oh, oh. Wo kommt Zagat denn her? Zagat kommt von da drüben. Ah, okay. Der ist lange gereist. Ja, von drüben. Boah, das ist spannend. Das ist richtig spannend hier, dieses Match. Was, ja? Alter. Ah, Mann. Immer die tiefen Trägel. Was, 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 was? Der macht ne Wattensmashing. Oh, was ist denn jetzt los? On the fuck? Auf jeden Fall. Wissenlos. Bam! Macht er seinen special Move oder was? Heiker, Uppercut war das. Bester Mann. Auf jeden Fall, er cheated ja hier. Guck mal, sollen Leute im Hintergrund jubeln? Ich hab natürlich geübt vorher, das hab ich nicht vergessen. Ich mach solche Moves ja jeden Morgen zum Ausstehen. Ja. Das stimmt aber sogar. Ich hab auch übrigens die Naba auf der Brust, die er hat. Das war ja auch die Haustrennung, aber du bist ja gerade nur gut geschminkt, ne? Alter, steht auf der Hose Mugambe? Alter, ich krieg hier voll auf die Presse. Ach, Sepp, mach dir nichts draus, würde ich aber auch kriegen. Das hilft du jetzt gerade nicht. Ja, Mann, wir sind ja hier beim Spaß, du, ey. Das hätte ich, glaube ich, auch noch bekommen. Es geht ja hier im Just-for-Fun, die ganze Geschichte. Oh, Quatsch! Es war knapp, es war aber knapp, es war aber knapp. Ja, das war eine gute Runde. Du hättest gewinnen können, hättest du nicht verloren. Hör! Nächste Runde, nächster Champ. Oh Gott, warm-up wieder, ne? Das war warm-up, ne? Ein Spiel, eine, eine. Ein starker Camper gewinnt nicht immer, ja. Steht jemand wieder auf! Das ist so, in Thailand ist das wie... Muay Thai. Ich hab zuerst gedacht, David tut nur so, als hätte er gewonnen, aber er hat tatsächlich gewonnen. Ach so! Also welcher war jetzt weg? Ich war der mit den Muskeln. Wo ist der Skull? Ach so, der. Ach so, er war gar nicht der Linken. Oh! Die wissen halt nicht, wie man sich kann spielen, aber wissen wir, dass er so einen Ampelmann hat. Im Rio oder Kennern. So, Noob-Charakter jetzt hier. So, wie war das jetzt, David hat jetzt gewonnen? Ich bin jetzt der Blonde, ich bin jetzt der Blonde. Aber der ist fies. Der ist doch fies. Der ist doch fies. Ist toll. Wir haben mich aber verkehrt. Ich bin ja auf der rechten Seite, du bist auf der linken Seite. Entschuldigung. Ich bin die ohne Plan noch. Ach so. Das ist gut. Wir erklären dir mal gerne alles. Das ist gut. Wir erklären dir mal gerne alles. Das ist gut. Ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß, ey. Ja, genau. Komm, deine Mama geht hier. Deswegen muss ich auch für deinen anderen halten. Nein, Quatsch. Komm, Sepp, jawoll. Ja, und Feier. Das ist ja schon Monoskini. Yeah, 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 yeah. Feier! Keine Sonne. Yeah. Ohne Scheiß. Zieh ihn weg, zieh ihn weg. Zieh ihn weg, zieh ihn weg. Und jetzt kommt's. Ja, jetzt. Komm, 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 komm. Yeah. Alter, da kann er eine Tech von dem, ne? Und dann BAM die ganze Zeit hier. Alter Schwede. Unser Scheiß. Ich hab auch noch den Schapschapsche Rupen, so nenn ich ihn immer. Was sagen die dann immer? Von wegen, er kann das Spiel nicht, ne? Ja. 2.000 Euro von David haben sie jetzt schon gewonnen. Das ist echt geil. Und die 100 Euro, die es von Sepp gegeben haben, ist sie auch verloren. Ja, wir müssen echt mal gucken. Der David, der hat auch echt so... Ja, der Säfte ist ja ruhiger. Der David ist so inselbedrohbar. Ohne Scheiß, Alter. Alter, Alter. Kann alle Techniken von dem Typen ohne Scheiß. Alter, du bist der Beste. Alle, die den Hubschrauber setzen und einmal in den Hubschrauber setzen. Ja. Aber ich kann schon mal sagen, es ist das einzige Spiel, was ich kann. Von daher, äh... David kann halt immer nochmal Glück gehabt. Wir werden auf jeden Fall gleich Punkte in FIFA verlieren. Weil, äh... Das wird passieren. Äh, wie spielen wir etwa zusammen FIFA? Nee. Ich weiß nicht. Wer hat's denn überhaupt einmal gespielt? Macht ja gar keinen Sinn. Ich hab ja eigentlich schon gewonnen. Ja, so als... Oh Gott. Nee, aber ich tanze nachher. Aber du kannst gerne... Ich weiß nicht, aus der Regie kommt nix. Okay. Ja, wir machen die Drücke. Wir verlieren so oder so. Habe ich mich vielleicht eingeschriegt? Dann hab ich kein schlechtes gewissen. Ja, ich weiß nicht. Hast du schon mal einmal wenigstens... Nein. Nein. Ich weiß ja nicht mehr, wie Fußball trittst du nehmen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann ja nicht mehr... Nimm mal deinen roten... Das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo du dich fragst. Was macht der eigentlich? Ja, warum bist du jetzt eigentlich hier? Ah, ich weiß nicht. Du kannst dich gerade um Teleprompter... Ach, du bist der, der trinkt. Ach, du bist der, der ab 23 Uhr dann schmuggelt. Der kann natürlich nicht. Und dann macht er mich hier voll. Ich würde gerne auch Gander mit reinschmuggeln. So, jetzt hier... Äh, wie steht's denn jetzt? Ich glaube, es steht 2-0. 2-0. Team Pease-Suite. Ich glaube, 3 Runden. Ich glaube, 3 Runden. Das wären ja 9 Spiele dann. Das macht ja keinen Sinn, oder? Alter, der sieht aus wie Rumpel, wenn er böse ist, der links. Der rechts meinst du, ja. Gut, dass wir uns alle abgesprochen haben. Alter, Hakan. Einfach klatschen. Wie viele Runden hast du das? Die dritte. Der hat auch die Mütze auf. Alter, ist nicht schnell. Alter, guck mal nicht. Zweimal gewonnen, ne? Ich komm hoch. Ich singe nach Hakan gegen die Schnelle. Das wird ja auch ein Todesvorteil. Das weißt du, ne? Ja, der hat ja auch einen Wechsel. Das macht ja ein Spaß gegen David. Oh, wie er das zelebriert auch. Ja, ja, ja. Boah. Wir sind echt schon. Nice. Einfach das Set in den Fernseher. Sie haben ja ja meine Oberschenkel. Und dann war es halt die Transplantation. Das ist wirklich so eine Oberschenkel. Das ist aber kein Problem. Nimm mal ein bisschen. Du hast gesagt, du fühlst das sexy normalerweise. Natürlich, natürlich. Jetzt guck doch mal hin. Oh, Entschuldigung. Aber das wird jetzt Strümpfen. Rennen einfach weg. Die haben neun Sekunden Zeit. So ein langsames Ding. Womit hat die denn jetzt geschossen? Mit ihren Eiern? Mit ihren Eiern? Bitte was? War es da was bei Wechsel, Jay? War es da schon ein China-Election? Ich muss verpassen. Der war es auf dem Thailand. Jawoll! 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 Womit! Was hast du denn jetzt? Warum leuchtest du hier? Das habe ich auch nicht. Ich verstanden. Das ist jetzt ein Super-Sarge. Nimm mir noch mal einen Schluck. Mum! Alter! Oh, Alter! Mädchen, pass auf! Ja, jetzt komm! Der ist im Rückschlag weg! Ja, ja, ja. Jetzt mach die Blatt! Das ist so der Mighty-Lack-Kick. Weil Celestin erst ran kommt. Und dann noch so der finale Schlag. Ich erkenne auch die Strategie bei David. Ja, das ist der Willen-Kling. Alter! Ohne Scheiß! Ja! Sehr gut! Ohne Scheiß! Generell gerne von oben. Das kann ich vielleicht hier mal interessieren. Das versprechen wir nach hier oben. Das ist eine Ausführung dann ab 23 Uhr. Das war super, Alter. Wie schätzt du dich fahren? Ich weiß nicht. Der wird richtig gut. Ja, Jayme. Hammer! Ja, Sepp, was los? Er hat ja geheuchelt, dass er das Spiel ja noch nie gespielt hat. Das habe ich nicht. Ich habe es schon mal gesagt. Wie ist das Gefühl, wenn man gegen jemanden verliert und noch nie gespielt hat? Der David ist einfach natürlich. Ich kann das Spiel ja eigentlich auch gar nicht so richtig. Ich habe es wirklich zum ersten Mal gerade gesehen. Aber wenn er dann direkt die Kombo auspackt, dann… Aber es war souveränes Button-Smashing. Der kann denn noch ganz so spielen? Ich glaube, wir müssen den David gleich bei der Adam-Bidem-Abs auch spielen. Daniele kann spielen. Ja, wir sind da fein raus jetzt. Daniele kann spielen, hat er gesagt. Ja, willst du noch mal gegen ihn spielen? Nee, nee, nee. Das macht der David. Wir spielen noch einmal Daniele gegen ihn. Oh, nee. Wuhu! Wuhu! Ring-a-Ding! Zweite Runde ist zu Ende. Das bedeutet, zwei Punkte für… Pau! Wuhu! Wuhu! Frech! Gut, was machen wir jetzt mit euch, Jungs? Also, ich meine, okay, wir haben ja noch ein paar Runden hier. Ja. Aber ich würde mal sagen, jetzt langer wird es Zeit anzuziehen hier. Jaja, wir haben unsere Spiele noch. Genau. Die schlechtesten Spiele haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt wird's hart gewöhnt. Jetzt gibt's die Möglichkeit zur Revanche, würde ich mal sagen. Wir starten in die dritte Runde. Wir spielen das denn alleine. Dirt. Wer spielt alleine? Ist das One-on-One? Nee, drei gegen drei. Dirt Showdown. Ja, das geht gleich dreckig zu. Also, ich bin da raus. Rennspiele bin ich raus. Genau wie Shooter. Wer spielt bei euch? Dann spielen wir drei. Setzt euch doch mal. Du musst nicht selber fahren, ne? Du musst nur die Pad benutzen. Auf eure Plätze! Ja, ich kann nicht selber fahren. Aber wenn ich so fahre... Ich muss sagen, ich hab Dirt noch nie gespielt. Die macht ihr. Ach mal hin, die Hälfte. Bus-Symbolator. Das wär mein Ding. Vielleicht wären wir ja schneller fertig. Wir spielen das auf der Blaze, oder? Wir spielen das auf der Blaze, oder? A-B-C. A-B-C. Da muss ich mal aufstehen. Ja! Wenn du 18 Bats hast... Ich habe mal einen Rechner. B-Suite! Hoppy-Coppy! B-Suite! B-Suite! Du bist ja auch für uns. Gronkh! Gronkh hat sein Mikro kaputt gemacht! Oh nein! Ganz genau gesehen! Nein! Nee, nee, das ist nur rausgefallen. Geht alles, ne? Sein Akku hat sich verabschiedet. FIFA haben wir noch nie gespielt. Ich komm jetzt mal hier, ich rücke jetzt mal. Liebe Regie, bin ich wieder auf Sand? Habt ihr schon mal gespielt? Chris, habt ihr schon mal DIRT gespielt im Leben? Die wollen von uns einen abwerben. Also seid ihr gut an dem Spiel. Aber HDI kann ja nicht hier, das ist ja extra schlecht. Aus Versehen. Ich hab's noch nie gespielt vorher. Ich bin jetzt hier einfach... Genau, du kannst ja mit dem Ball mal irgendwo machen. Nee, aber schon sind meine Spielmodus. Was gebe ich Gas? Wir haben Gas. Mit entscheidenden Spielmodus kommst du? Und Q und S sind Katrin zu Nika. Q ist Nitro, der kommt später. Na komm, das sagst du jetzt so. Du willst mich reinreiten, ne? Ich hoffe nicht. Denk dran, ich hab dir euch... Weißt du das auch nicht? Ich glaube, es ist Nitro, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist Nitro. Kann man doch ganz am Anfang kurz ausprobieren. Es steht für superschnell. Ja, deswegen alles. Es ist schnell. Und fragt, was für ein Kostüm wir da noch nehmen, weißt du? Und den Quatt braucht's eh nicht. Können wir einstellen, welcher Modus passieren wird? Du kannst Team-Party-Modus. Party, Demolition, Hunnigan, Kurse. Ich wär halt auch für Party-Modus. Ganz kurze Frage, worum geht's denn? Einer, der gewinnt, der am letzten gewinnt, der Erste, der macht den Punkt oder was? Ja, genau. Also, wenn der Zombie Erster wird, haben wir gewonnen. Ja, wenn du Erster wärst, habt ihr gewonnen. Genau, es stellt sich noch die Frage, wie viele Runden wir machen. Da brauch ich jetzt auch eine Anweisung. Ich werd eh Letzter. Wir machen da so viel wie möglich wahrscheinlich. Wenn die Shooter kommen... Drei Runden habe ich gerade gehört. Fangen wir mit einem schönen Partyspiel an, als privates natürlich. Das ist jetzt was, Rennen? Nein, das sind jetzt so Spiele wie, seh ich sofort, der Modus ist, Speed-Skirmish. Das sind Fahnen, Abfahren in einer bestimmten Reihenfolge. Also in irgendeiner Reihenfolge spielt keine Rolle. Da sind so Symbole und du musst zu den Symbolen einmal hinfahren. Weil alle abgefahren haben, der hat alle abgefahren und hat gewonnen. Du kannst hier die Modi nicht so einstellen, die kommen zufällig. Genau, genau. Und dabei kannst du natürlich rammen und so weiter. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Das wird euer erster Punkt, Team-Smeet. Ich glaube auch leider. Aber du solltest noch ein Auto aussuchen. Ford oder Subaru? Ich nehm den Subaru. Alle fahren in den Preza, weil der schneller ist, ey. Wieso bin ich denn zwei? Wer ist denn LPG3? Außer Zombie. Das ist doch kein Fiesta, oder? Ich bin der Einzige, der Fiesta fährt und deswegen werd ich auch gewinnen. Da fährt noch jemand Fiesta. Nee, LPG3 fährt auch Fiesta. Das ist schon nie geschmied. Beim Einparken würde ich auf jeden Fall gewinnen, wenn sie um Einparken geht. Ey Jungs, wenn uns einer absehbar ist, dass der nicht mehr gewinnen kann, buchsen wir nur noch die anderen. Der sieht echt geil aus. Ich will den, was ist das, Baukran fahren. Da könnt ihr mal bei diesem Fall sagen, weil wir es ja schon letztlich haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer Autoreitung. Let's Play The Showdown. Nimmst du auf, oder was? Ja, ich nehme auf. Ey, wie kann ich Kamera wechseln? Weiß ich gar nicht. Ich kann doch nicht so fahren. Wo müssen wir jetzt hin? Alle links rum. Oh nein, ich werde schon weg. Oh nein, ich werde schon weg.